Nordstrom aktiviert. Herr Nassinger, wenn Sie dieses Video sehen, sind Sie in einer ernsthaften Notlage. Ihr Antrieb braucht neue Energie. Auf Sie alleine gestellt, schaffen Sie das nicht. Nehmen Sie unbedingt Kontakt mit den Leobenlaufen. Ich hoffe, der Notstrom reicht dafür noch aus. Sehr schön, Melanie. Jawohl, Jasmin. Gehen wir, gehen wir! Seiler? Leoben, wir haben ein Problem. Käpt'n Assinger da. Kurs Richtung Mond. Ja, ich bin gerade Schwammerl suchen. Kurs Richtung Nohlwald. Pflanzt mit dem anderen. Ich stecke fest. Mhm. Ich brauche noch 374.000 Kilometer. Bitte, du musst die Leute motivieren, weil sie schwarteln. Nur dann komme ich weiter. Ich bin der Telefonjogger wahrscheinlich, oder? Vom Osterhausen. Antwort B. Pflanzt einen anderen. Ich weiß, Seiler, das klingt jetzt vielleicht komisch. Es ist aber auch so. Haha, servas. Bei uns gibt es keine zweite Chance. Ja? Seiler, ich brauche dich. Motiviere deine Leute, weil jeder Schritt, den ihr macht, bringt mich näher zum Mond. Okay, was soll ich machen? Leute motivieren, damit du zum Mond kommst? Korrekt. Das schaffen wir. Mädels, wir schießen den Herrn Assinger auf den Mond. Wie das funktioniert? Aktiviert eure Handys, bewegt eure Achsen. Ausreden sie dann ausverkauft. Ewa! Schau, wie du weiter kommst. Jeder Schritt zählt. Ich bin der Wiesn-Quarty. Das passt aber eh. Super Wiesn. So, das ist einmal ein guter Start. Ja, aber ich brauche jeden einzelnen von euch. Und egal ob ihr läuft oder Radl fahren geht oder mit dem Hund spazieren, Hauptsache ist ihr bewegts euch. Seid ihr also Teil der Leobner Bewegungsrevolution.